Hallo und Herzlich Willkommen, sag zu Sketchfuel.io, mitten grüß er mit dem Thomas. Hallo, da hab mir Schere drin geredet. So gehört das. Atmosanbrühe, ich darf das. Ey, ist so cool für die Schule. Ich kann davon nix malen. Wie malt man Omelette? Ja, Omelette aber... Spiel, ey, nix mal. Und woher willst du dann wissen, ob's ein Omelette ist? Was Omelette ist? Was bist du eigentlich, Michi? Bist du eine afroamerikanische Katze gerade, oder was? Mit Schnurrbart und Soundbrüller. Ich bin die cooler Katze. Nee, das ist keine Piratennotis im Ohr. Aber das ist schon. Da ist wieder das schon. Ein Duernsohn. Großmutter, Großmutter, warum hast du denn so lange Haare? Ja, meine Antwort hat er nicht genommen. Jesus... Was? Jesus, Oma. Das ist die Oma von Jesus. Warum Großvater? Ja. Du hast gerade Großmutter gesagt, da dachte ich, ist vielleicht das anders so. Hast du schon mal so ein Großvater gesehen, dass du solche Scheißhörer hast? Oh, Mann. Keine Ahnung. Ich mach mal kleine Afro an, oder was? Ist der Super Saiyajin? Ja. Nur ein Ding Grau. Keine Ahnung, was das so ein soll. Er hat's eh schon gesagt. Oh Gott. Also doch, die Gurenmutter. Hahaha. Hahaha. Pfff. So cool. So cool. Das ist noch was, da kann ich uns weg. Ich schnarche euch zu Tode. Ich schnarche euch zu Tode. Ich... Hahaha. Das ist noch was, da kann ich uns weg. Ich... Ich schnarche euch zu Tode. Ich... 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 Wollte was anderes hinschreiben, aber... Das ist jetzt gar nicht dazukommen zum Hinschreiben. Die Autos hat das gewusst. Zeit im Bild... Ja, was anderes. Es ist zwar ähnlich wie ein... Windmühlen. das ist eigentlich gelb Also wenn es kein Gangster ist, dann sagst du das Kacke. Ah, der steht dort. Wo steht er denn? Wir stehen in den Pyramiden, in Ägypten. Pyramiden stehen auch in Österreich, das war es ja. In Österreich habe ich noch keiner von Seidmenschen gebaut. Immer noch das Beste, ey. Pack doch die Mama vom Spiel. Das war das Beste. Die Mama vom Spiel. Was soll denn das sein? Du brauchst ein Gerät, damit du das abschießen kannst. Ja, das ist das zweite Hälfte von dem Gerät, das du brauchst. Die erste Hälfte vom Gerät beschreibt die Munition, die du wirfst. Nein. Es gibt doch einen Anwerfer, der schießt etwas, das Bumm macht. Das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich... ...opula. Das ist ja wirklich... ...wegen Panissal, Einzal! Ich hätte keiner mehr Remoten mal, nur dann hätte es... Das hat... Also ich hab falsch rum angeschaut, das Arme. Das hat auch komisch ausgeschaut. Das war Raketen. Das war Raketen. Genau. Ich könnte das Florida malen, nur leider bin ich mir grad nicht mehr ganz so hundertprozentig sicher, wie dieser Pimmel da geformt ist. Florida ist ja quasi der Pimmel der USA. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Was soll das? Was soll das denn? Ja, schau doch, wir haben 3 Hugs an der 3. Okay. Hä? Oh, was ist das? Was ist das? Ach so, Mann. Hä? 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 Wie man manchmal so schlecht sein kann, wie ich, ne? Es ist ein ATART. Was ist ein ATART? AT, AT. AT, AT. Hier ist besser. Äh... Äh... Das ist... Das ist ziemlich falsch, dass du jetzt noch... Wurscht. Das ist... ...offen. So, das ist meistens lila. Nice. So, dann machen wir nur noch so kleine Ding. Bis das so getrennt ist. Ich glaub dann hat's da noch so Ding. Nein! Nein! Die Zuckerfee! Du hast so viel Barbie unter Nussknacker geguckt. Das ist unter Wasser. Kannst du aufknacken. Mit Hosenbrechessen. Kommt überhaupt an, wie groß die Muschel ist. Es gibt welche, die sind so groß, die kriegst du nicht mal mit dem Brecheisen auf. Ein Fahrschlaghammer gehe ich, ja. Na, das ist eine sehr harte Schale. Mach mal unter Wasser die Kraft, die Schale zu brechen. Die Muschel muss erst aus dem Wasser raus, sondern mit dem Pressstoff haben wir drauf. Brrrrrr. Äh... Benutzt man's zum Zocken. Okay. Boah! Oder gegen Zähne werfen ist auch sehr gut. Was schaust du denn schon wieder? Lass ihn mal schauen. Na, wenn er schaut, mag ich nicht. Der bietet die Augen zu. Ja. Der bietet die Augen zu bieten. Dann kann er wenigstens nicht mal schauen. Vorher fragt, ja, das sollen wieder Schafe sein hier. Aber um die geht's nicht. Da sind Schafe, hässliche Mistviecher. Da kriegst du auch ein viertes Bein. Es geht um den hier, der Kollegen hier. Das ist auf jeden Fall eine Herde. Ach so. Nein, das ist da anders. Ja, das ist ein Allmarsch. Ich hab's noch gescheitert. Ich hab' nur ein Scheiße gemalt. Aber ... Aber ich hab' auch gesagt. Mach' das... Ähh... Nein! Es geht um das braune Vieh. Der Schäfer, er geht nach. Um das braune Vieh geht es. Ich seh' kein braunes Vieh, ich seh' nur ein kackbraunes Vieh. Die Schäferherde. Das ist kein Schäferhund, das ist ja nichts, ist das. Da stehst du mir jetzt wenigstens zu. What the fuck sind das für Wörter? Zeig' ich irgendwas, sonst mach ich immer. Zeig' ich noch so irgendwas. Das ist eine Granate. Die steckt da noch etwas. So mutiert mal eine Glühbirne. Hm, nicht anders. Was passiert? Mit was funktioniert deine Glühbirne? Mit Wasser. Du, du schließt sie an Bar als Bubis an. Ich will eigentlich wissen, was du dir noch alles rauszieht, ey. Ah, ich stirb' geh. Na wirklich. Nur um sterben ist er. Oh. Oh. Jetzt meine ich es einmal extrem schwer. Das ist ja ein ganzer Berg ist das. Schaut scheiße aus, aber es ist ja da. Die Berg, die auf dem Kopf steht. Nee, nee. Ich mach ihm nur zu. Äh. Du siehst das nichts? Es ist eine Höhle. Eine Hölle. Sagen wir aber, es ist eine Höhle. So. Was? Los geht's. Zeit. Was? Keine Ahnung. Ist ja so leicht. Schau dich um und dann du hast Zeit dazu. Ah, da bist du tot. Ich hab's sogar schon fast hingeschrieben. Und jetzt komm nur noch ein i rein. Ich hab dann noch ein bisschen was anderes noch. Ein Steinladen. Sag mal, du kaufst Steine, bist du irgendwie doof? Ich kauf meine Steine immer im Steinladen. Ah, ich hab's mit Steinladen. Kennst du nicht? Wie harten mit Steine? Beschüsse dich bitte mit den Steiner-Ihm-Lanz und Austern-Laden. Okay, ein bisschen schief, aber egal. Die DNA, natürlich, die DNA, so sieht sie aus und nicht anders. Also wenn deine DNA so aussieht, dann würde ich mir Sorgen machen, Michi. Ja, das ist so künftig. B.S.E.T. Jani ist klar. Das ist so falsch, Anir. Das ist mit der F.A. ab. Die wolltet ihr dann nicht mehr, oder wie? Was soll das sein? Eine Scheiße-Zeichnung. Eine Scheiße-Zeichnung. Und am meisten steht das so 0, 9, 1, 2, weiß ich nicht. Und Ufiel-Tausend-Nummern. Warte, ich mach einen anderen Hintergrund, das ist ein schöner Hintergrund. Ja, den hast du meistens schon mal auf Flaschen drauf. Ich weiß nicht, wie man den anders zeichnen kann. Der ist schwarz-rot, schwarz-rot. Den hast du meistens mal auf so Flaschen oben drauf. Der DNA-Code. Der DNA-Code. Der macht Beep, wenn es den drüber zieht. Eigentlich ist das schwarz-weiße, okay. Echt? Ich bin mir von der Auge da. Es ist schwarz-weiße, schwarz-weiße. Wo geht man eintrinken? Anna? Schwarz. Er trinket schwarz gebrannt eintrinken, okay. Den siehst du bei jedem Ding. Bei der Flasche. Ich meine, ich untergehe damit. Bei jedem Produkt, das du kaufst im Supermarkt. Das ist U-Fallschuss. Barcodes, okay. E-D-F-D-P-S-I-G. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe jetzt keine tausend Zahlen. Das sind, glaube ich, 13 oder so. Ich weiß nicht. E-D-F. E-D-F-Deploys. Jawohl. Glaserschwert. Nee, sicher. Das ist nicht richtig. Glaserschwert. Es besteht nicht, dass... Oh ja, aber für die Gebildeten. Ein Lichter. Weil die Leser sind ja, ist ja kein Lichter. Alles klar, ich meine jetzt einfach mal Isaac Newton. Und wer ist Guiro? Guiro kenne ich nicht. Weiß nicht. Lass mich doch mal in Ruhe. Du hast Parfüm-Samenspender geschlechtig. Nein, wenn du das benutzt, kommt da so ein Schaum raus. So Landminen nennt man das. Nein, was nimmst du für das hier? Schaumspray-Haar. Nein. Und damit machst du was Heißes aus. Benutzt du auf die Feuerwehr. Damit dein Haus nicht komplett weg ist. Du verstehen? Glasche mit Koks. Ernsthaft? Mhm. Ich benutze auch gerne Feuerwehr. Der Nadel hat mir gerade geschrieben, aber wo kann man auszuzocken? Ja, einer Hunde... Also die... Die eine Zeichnung, die machen wir auf jeden Fall noch. Also die fünf. Die... Wie zeichnen wir denn das? Probieren wir es einmal. Mit Strichen. Naja, ich bin eh dabei bei Strichen. So, der tut da gerade runterfallen. Stricher ist zu kurz. Er ist ein Bordsteinstricher. So. Und der hat da so eine Anzahl, ne? Und das ist da fest. Irgendwo. Boah, wie schreibt man das? Bungie. 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 Das B, U, G stimmt. Nur das eine I ist zu viel. Ich könnte was anderes hinstatt ein I. Ah, so schreibt. War es nur mit E oder was? Mit Doppel-E. Bungie. Doppel-E? Ja. Was heißt das denn für eine Scheiße? Weiß ich nicht. Die Engländer mit ihrer Rechtsschreibung. Die gehören alle gesteinigt. Naja, die Engländer, die fucker. Aber nur mit Doppel-E. Ganz gesteinigt. Gesteinigt. Okay. Sonderlo. Ja. auch bekannt als die sieht anders aus von hat sie keine blonden haare der platinblonde haare das ist ein platin bahn gebe dann gebe ich gerade macht der theater selbst ich hatte so und Der Lenker ist das, Chris. Ja, der Lenker. Der lenkt immer so mit seiner fettnachs auf Köpfe. Da muss hier noch so ein bisschen Deko dran, du. Hier so eine Pfütze, du, weil frisch benutzt. Ja, der macht Haupen, vielleicht Köpfe weg. Das ist der eine Typ, der direkt am Anfang von Skyrim dich anguckt, wenn du auf dem Blog bist. Ich wollte ganz kurz, bis du den Kopf meinst, aber du meinst ja gar nichts. Nee. Ich bin aber so krank wie du, ich mag keine Köpfe. Wie zeichnet man Elon Musk? Oder kommerziell? Oder wie zeichnet man am besten einen Mönch? Wie zeichnet man Elon Musk? Dann müsstest du erst mal wissen, wie der aussieht. Und bis dann würde man den nie und immer so zeichnen können, dass man den erkennt. Nein. Ups. Das ist kein Autobus. Ich gebe mir einfach mal meine Idee vor. Haben wir in einer Zeit geschafft? Oh Mann, wie ich geflogen bin, du. Der Rett gegen den übersteck gemachten Seil, du musst du erst mal hinkriegen, du. So. Und so. Und so. Ups. 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 Hotdog. Ah fuck, der Hintergrund muss eben andere Farbe. Moment. Krackscham. Ähm. So. Sandscham. Bis. Fertig. Mh. 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 Da war der Michael Family Trigger. Ja, die Farbe passt zu deinem Charakter. Äh. Ich glaube, drei Löcher haben die... Ähm. und hängen meistens weil chris im keller na wenn du aus in chris im keller weiter auf so pflanzen die was auch schon die palmen die wachsen an palmen aber ok schaut nicht aus wie eine palme schaut aus wie so helikopter frucht das hinterteil von baal das hinterteil von baal lieber schau auf sonst kommt da ein schwert raus vielleicht kommt da ihr schwer raus irgendwo muss der hier herkommen was soll das denn sein ist das die hunden stehen was soll das darstellen die uniform die polizei ist es zu kurz es gibt andere sprichwörter für sie leid was soll das denn wie nennt man eine männliche kuh was trinkt chris gerne was trinkt chris gerne das sieht doch nicht aus wie eine rübe du arschloch so meint man keine rübe aber wenn ich positiv dann muss ich Lotto spielen ah fuck scheiße bin negativ ich kriege keinen Lotto 6er zaun ich kriege keinen Lotto 6er zaun ich kriege keinen Lotto 6er zaun feuerwehr feuerwehrkanone aber für kanonen jetzt ne leite du arschloch das ist ne leite das ist ne leite da hier ich mach dich doch so zinken dran das ist ne leite ja schreit voll da der rei 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 das kann ich alles nicht zeichnen und ich hab den falschen Hintergrund dafür egal der ist ziemlich fett aber naja bin ich ne der kann gut fisten so der hat da mal das da dann brauche ich einen blauen Hintergrund sehr schön ich bin noch nicht fertig ich war noch nicht fertig ich war noch nicht fertig warum geht Angel nicht? weil er kein Angel ist sondern Engel so Angel ist ja englisch für Engel I wish I had an Angel seht ihr das Lied? ja was ist das? in deiner Vagina ich weiß was hab ich schreiben können das sind keine Eier das sind keine Vagina das ist das ist es ist so leicht du musst meinen Kopf jetzt denken fast fast ach du bist so doof das ist ein Kreis ein Doppelkreis ich wollte Scherzer schreiben ich meine jetzt jemanden wie er betet weißt du dann kommt da Chris wieder an das sieht doch nicht aus als wird er betet der bläst den anderen da voll ein nein aber wir zeichnen immer wieder so auf aber wir müssen schon ein bisschen anders zeichnen dass es ein bisschen schwerer ist schwer zeichnen mit Licht ins Dunkel was ist das? ja fertig jetzt sieht scheiß aus aber es ist eigentlich das was es sein soll ups ups nicht ganz den astro das ist halt der astro neu entlassen halt hauptsache astro so was machen wir das dann machen wir das das ist das der sohn vom kassenbonn und jetzt kommt das wort was mit dem spand das größere war nicht andersrum ich habe keine ahnung ich auch nicht ich weiß nur eins von den beiden war größer es gibt immer einen größeren fisch oh ja das ist ein das könnte ich es ist ein barsch und es ist richtig es waren keine ich mal jetzt ein apotheker auf jeden fall nein mal ich nicht gibt es ja nicht ein du so das ist du 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 Okay, passen wir zusammen. Es ist, schaut aus wie ein Glanzviech. Das kleine Viech hat eine Schlange entzündet, die das Gelbe ausschlägt. Nein, das Gelbe, das gehört zur Tarnung dazu. Eine Mutter, ein Polton. Was ist denn ein Polton? Ein Haarkann. Schwarze Sperma. Sicher, Chris. Ein Kontu, was ist ein Kontu? Was ist ein Mutter? Es ist auch kein Nakel. Es ist auch nicht Depri oder eine Banane. Und Ivo hast übrigens falsch geschrieben. Das wird ohne Ohr geschrieben. Das ist ein Fernsehser mit einem Elfer. Ja, aber nicht mit P. Cobra. War das schon? Du schreibst Albtraum wahrscheinlich auch mit P, ne? Das wird aber mit B. Mit meiner hässlichen Cobra hat es aufgehört. Ja, wirklich. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao. Ciao. Ja, cien.